Hedwig ist da, guten Tag. Hallo. Wie geht es dir? Ganz gut. Und was machst du hier so heute? Ich bin hauptsächlich am Stand von unserem Studio und helfe da so ein bisschen oder lauf rum und guck mal, wen ich so alles wieder treffe. Und? Hast du schon viel getroffen? Ja. Man ist auch mehr unterwegs, als dass man am Stand ist vielleicht. Das ist ja für uns gut, weil dann können wir uns hier mal treffen und ein bisschen quatschen. Hast du dich denn auf der Convention auch schon tätowieren lassen? Mal? Auf dieser nicht? Sonst hätte ich es wahrscheinlich gesehen. Ja, also auf dieser nicht. Ich glaube, in Berlin war das, genau. Da hat Jan meinen Oberschenkel hinten gemacht. Ach so, aber das hätte er, also jetzt mal blöd gesagt, das hätte er ja jederzeit machen können. Warum hat er es unbedingt auf der Convention gemacht? Ja, das hätte er, aber er hat ja nie Zeit und da hatte durch diesen, da war das Wetter so unglaublich warm und da hatte eine Kundin abgesagt und dann so, ja okay, dann bin ich jetzt mal dran. Ja, ich habe das schon öfter mitbekommen, dass so Tätowierer-Pärchen, da denkt man immer, ja, die haben ja immer an Zeit und können sich immer gegenseitig tätowieren oder den einen den anderen, aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Also ich muss mir auch selber Termine in den Kalender eintragen, damit ich irgendwie mal dazwischen komme, aber man kann sich ja auch nicht beschweren. Das ist völlig in Ordnung. Aber gehst du auch woanders hin? Oder musst du jetzt immer? Ne, also ich habe eigentlich immer nur die Bilder im Kopf, die ich gerne haben will, suche mir dann danach den Tätowierer, wo ich meine, für meinen Stil oder das, was ich gerade im Kopf habe, ist der und der gut und dann soll der und der das machen. Also es wäre ja auch schön blöd, wenn Jan sagt, nein, du darfst nur von mir tätowiert werden. Das wird er auch nicht tun. Er hat ja auch einen bestimmten Stil, ne? Ja. Ähm, was war denn dann das Letzte? War das oft? Ne, das ist doch nicht schon so lange her, sondern du hast dich doch bestimmt dazwischen nochmal tätowieren lassen. Ich glaube auch. Äh, jetzt weiß ich gerade tatsächlich nicht, was das Letzte war. Also auf jeden Fall haben wir meinen Rücken gemacht, der ist noch nicht so alt und danach kam, glaube ich, also es tut mir leid, falls ich jetzt lüge, aber ich glaube, danach kam erst mal nichts. Ne. Und was hast du auf dem Rücken? Ist das ein großes Rückenbild oder auf den Schultern oder nur am Nacken? Noch ist es nur der obere Rücken. Ich habe das extra fürs Hochzeitskleid so, das hat einen offenen Rücken und ich habe jetzt Jan und mich auf dem Rücken in so ein bisschen Barock. Warte mal, warte mal, es hat Philoine gemacht, ne? Ja. Und er ist ein bisschen Vampir und mit Kragen und allem und ein Schloss nach oben in ganz viel Bleck. Und nach unten hin haben wir halt noch nicht weiter gemacht, weil das auch ein bisschen unangenehm ist. Du getrickst genau bis da, wo man es sieht im Hochzeitskleid. Ja gut, aber das musste natürlich, also jedenfalls der Stelle, die man sah, musste man dann fertig sein für die Hochzeit. Das Problem war vorher, war es halt unglaublich schrecklich. Also es ist auch ein Cover-Up. Eigentlich sollte da Superman und Wonder Woman auf dem Rücken sein, aber das wurde leider... Also ja, ich hätte mir überlegen können, ob ich es laser oder ob ich es cover und deswegen ist es jetzt einfach angefangen gecovert. Oder der Anfang des Covers ist gemacht, weil das ging gar nicht. Das war schon nicht schön. Ja, der Rücken ist sehr, sehr umfangreich, das stimmt. Ähm, warte mal. Achso, ja, jetzt weiß ich, was du gesagt hast. Äh, Vampir sagtest du gerade, also er ist auf deinem Rücken ein Vampir. Du hast ja auch spitze Zähne, ne? Ja. Aber ist das aufgeklebt oder wie ist das? Das sind Vollkeramikkronen. Also mein eigener Zahn wurde komplett auf den Nerv runtergeschliffen und das sind wie normale Kronen, die Menschen irgendwo hinkriegen, aber ich die halt in Vampir-Optik ein bisschen länger vorne. Aber das war doch auch nicht schön, oder? Nein. Doch. Also ich hasse Zahnschmerzen. Es gibt keine schlimmeren Schmerzen als Zahnschmerzen. Und das, der war schon, also ich war auch beim Zahnarzt, hat einen Zahnmediziner dann auch angefertigt und alles. Ist nicht so mein bester Freund geworden, der gute Herr. Also er hat das super gemacht, aber brauche ich nicht nochmal. Aber wie bekommst du denn darauf? Also wenn du schon vorher sagst, meine Zähne sind zu empfindlich oder ich mag das nicht so gerne und das dann zu machen. Naja, ich wollte es ja haben. Ja, schön sein, wir müssen leiden. Ja. Leider, ja. Das ist gut, wollte ich haben. Sehr cool. Und die Ohren hast du auch schon gespürt? Ja. Wie macht man das? Prinzipiell wird, also die Technik an sich kann ich dir gar nicht ganz genau erklären, weil mach ich ja nicht. Und du hast hier so ein bisschen Knorpel, also du hast quasi den Hautlappen, wo die Ohrfalz ist, der bleibt noch da. Und dann nimmst du da so ein bisschen Knorpel zwischen weg, dass du halt die Form kriegst und dann wird er wieder dran genäht. Also so tüt, in ganz kurz erklärt und sehr stumpf erklärt. Aber das macht wahrscheinlich auch Spaß. Da habe ich nichts von mir. Also das war, die Abheilung war relativ, relativ easy. Also es ist natürlich eine Narbe und es ist natürlich auch geschnitten worden. Das merkt man natürlich auch. Und ein bisschen Bluterguss und alles hast du auch. Aber es war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Also tatsächlich ging das in der Abheilung. Und ich bin schon ein bisschen schwierig. Also meine Wundheilung ist ein bisschen schwierig. Von daher war ich da eigentlich ganz zufrieden, dass da nichts Schlimmeres passiert. Wie kamst du denn darauf überhaupt so? Ich sag mal, Tattoos sind ja inzwischen relativ fast schon normal. Wie kamst du darauf, dann so weitergehende Sachen zu machen? Die Zunge ist, glaube ich, auch gespalten. Nee, an sich. Also die Ohren habe ich mir früher auch mit Tesafilm schon immer abgeklebt, als ich noch so klein war, weil ich das halt einfach cool fand. Und so Fabelwesen und sowas finde ich auch großartig. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jeden Tag Twilight gucken muss oder so. Den Film finde ich nicht ganz so nice. Aber so diese Thematik an sich finde ich gut. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es denn jetzt ja schon möglich ist, dann kann ich meinen Körper ja so modifizieren, wie ich den gerne für mich haben möchte. Oder wie ich, was ich schön finde, kann man ja daran verändern. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, irgendwelche Körperteile abzunehmen oder so. Es gibt ja auch Menschen, die das für sich als Schönheitsideal sehen. Das brauche ich für mich persönlich jetzt nicht. Sollen sie alle machen. Das ist nicht mein Bier. Aber ich wollte halt die Zähne und die Ohren. Das fand ich immer super. Und so ein paar Implantatideen hatte ich auch noch. Also Silikonimplantate irgendwo, jetzt nicht die Brüste. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das wäre nämlich meine nächste Frage, ob ich Brüste habe. Nein, ja. Entschuldigung, hast du Brüste? Ich gucke mal. Nein, nein, nein. Aber ich glaube, an der Hand hast du was. Ja, das ist eine Mopfel. Ja. Das war auch erstaunlich. Also es ist halt eigentlich so ganz gut abgeheilt, funktioniert und jetzt ist es da. Stört das nicht im Alltag, so Hände in die Hosentaschen oder so? Ich trage nie Hosen, deswegen ist das ganz... Passt ja auch nicht so zu Fabelwesen. Das warst du. Nee, aber es stört schon. Also wenn du irgendwo, weiß ich nicht, wollte neulich was aus dem Regal nehmen und rammervolle Kanne hier gegen... Das ist genauso, wie wenn du dich woanders auch stößt. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das tut besonders weh. Aber es ist halt blöd. Und normalerweise wäre da ja nichts gewesen. Meine Hand hätte ja reingepasst in dieses blöde Mini-Regal. Aber an sich... Und hast du dann schon überlegt, ob du noch mehr haben möchtest an dem Plantat? Also vielleicht auch im Gesicht? Oder viele machen... Also viele, unglaublich viele Leute haben das. Nein, aber wenn, ne, machen sich ja viele hier dann in die Stirn auch was rein. Ja, was ich gerne haben wollte, sind Kiemen. Ich fand Kiemen gut, aber ich habe ein bisschen Sorge um meinen Hals. Also weil... Erstens habe ich mit noch niemandem darüber gesprochen, ob das überhaupt möglich ist. Ein paar Leute hatte ich da schon mal die Idee angerissen. Die meinten, wie soll das funktionieren? Das weiß ich auch nicht, aber ich finde das halt süß. Und ich möchte auch nicht, dass hier so Rillen sind, sondern wirklich wie beim Fisch so leichte Kiemen ansetze. Keine Ahnung, wie das umzusetzen sein soll, aber das fand ich gut. Ja, ich überlege gerade. Ja, das muss ja dann schon relativ... Also ich glaube nicht, dass das... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das aktuell möglich ist, weil das muss ja ein sehr breites Stück Silikon sein. Und damit es eine richtige... Ja, wirklich ein bisschen eingeschränkt. Das muss halt sehr bewegt sein. Also wenn es einer weiß, dann meldet euch bitte, wenn ihr da genau eure Infos zu habt. Krass. Das hast du eigentlich schon immer sagtest du, dass du sich da so in dem Sinne entwickeln wolltest. Wie war das denn, als du so erzählt hast, du hast ja als Kind schon die Ohren abgeklebt. Haben die Eltern dann schon gesagt, oh, oh, da kommt was auf uns zu? Ja, meine Mama hat immer gesagt, ich sollte jetzt Plastik nicht um die Ohren machen, weil das kann bleiben oder so. Ja, will ich ja. Genau, und sie war halt nicht ganz so begeistert. Aber als Kind, das Kind klebt sich Tesafilm um die Ohren. Ja, mein Gott, da kann ja niemand denken, dass das so schlimm wird am Ende. Also mittlerweile hat sie sich damit angefreundet. Das findet sie auch alles gar nicht schlimm. Was sie halt wirklich schlimm findet, sind meine gedehnten Ohren. Das ist das, was sie nach wie vor total scheiße findet. Aber an sich ist das mittlerweile so akzeptiert. Also sie versteht nicht alles und fragt sich halt, wozu hast du Magneten in den Händen? Das macht keinen Sinn. Das ist auch in Ordnung, es macht auch keinen Sinn. Aber ich finde es halt gut für mich. Ich kann lustige Sachen damit machen, Sinn brauche ich dahinter nicht. Hast du denn als nächstes Projekt dann eher, dass du die Tattoos weitermachst? Oder möchtest du lieber als nächstes was Neues implantieren oder weitergehen, verändern lassen? Als nächstes habe ich eigentlich erstmal in Planung, die Tattoos, die da sind oder gerade weggelasert werden, irgendwie mal in Angriff zu nehmen. Weil so langsam, das Lasern zieht sich ja auch immer und bis du dann überhaupt tätowieren kannst, das ist halt langwierig und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ich will, dass das jetzt einmal so vernünftig, ordentlich ist, sodass ich sagen kann, so, damit bin ich jetzt zufrieden und jetzt kommt der nächste Kram. Also erstmal die Sachen abschließen, die jetzt bis jetzt da sind. Wenn du dir ein neues Tattoo überlegst, du sagst ja gerade, du überlegst erstmal, was für ein Stil das sein soll oder was für ein Bild und du überlegst dann den Tätowierer. Wie kommst du denn überhaupt auf deine Tattoos? Also was ist deine Motivation, dir ein Tattoo stechen zu lassen im Normalfall? Das ist ein bisschen lustig, weil ich habe eben mit Malte darüber schon geredet. Meine nächste Idee ist ein T-Rex-Kopf, also weil ich liebe Dinos und ich möchte einen T-Rex-Kopf entweder als Eiskugel auf so einer Eistüte haben oder als Seepferdchen oder auf so einem Lolli oder irgendwie sowas, irgendwas Verspieltes und das hat, also das war, ich habe darüber nachgedacht, ich finde Dinos gut, T-Rex mag ich auch, weil liegt nahe irgendwie und den aber einfach so, ist ja auch wieder langweilig, deswegen muss der irgendwie cool oder ein bisschen anders sein und dann habe ich überlegt, was man denn daraus so alles irgendwie machen kann. Ich überlege gerade. Ich habe letztens eine T-Taste gesehen, da stand T-Rex drauf, also T-E-A. Ach süß, ne? Ja, das wäre vielleicht auch, aber ja, das geht so vom Motiv her nicht so gut. Ja, du kannst ihm auch, keine Ahnung, so einen kleinen Zylinder aufsetzen oder so, es gibt schon, also wenn man mal guckt, es gibt ja unfassbar viele T-Rex-Tattoos in aller möglicher Variation, also das Rad neu erfinden kannst du da auch nicht, aber du kannst halt den Stil dann dazu noch wählen und finde ich halt einfach gut. Und das ist so, ja, das hätte ich gerne auf meinem Körper und das möchte ich auch später noch haben. Ich brauche da jetzt nicht, also es ist nicht so, dass ich gleich morgen losrenne und sage, ja, mach mal. Aber ich brauche jetzt keinen, keinen wirklichen Vorlauf. Also ich muss mir nicht fünf Monate, beziehungsweise das ist noch nicht mal eine lange Zeit, aber fünf Jahre irgendwie überlegen, oh, finde ich das gut, finde ich das nicht gut, mag ich das dann noch? Ja, wenn ich es jetzt mag und es so sehr mag, also wie ich Dinos mag, dann weiß ich, dass ich da in zehn Jahren auch noch zu stehen werde und wenn ich in, keine Ahnung, 30 Jahren sage, so, meine Dino-Zeit ist vorbei, dann habe ich ja trotzdem eine schöne Zeit gehabt und kann darauf zurückblicken. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall als Einstellung sehr gut. Wann war denn dein erstes Tattoo oder hast du zuallererst ein Tattoo machen lassen oder ein Piercing oder irgendeine Modifikation? Zuerst waren die Piercings da. Ja, also ich bin, ich glaube, 15 oder 14 war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, habe ich mein Bauchnabelpiercing tatsächlich gekriegt. Ein Klassiker. Ja. Aber es war ein Piercing und ich war stolz wie Bolle. Ja, mit 15 ist es auch, da ist man der Coolste auf dem Stuhlhof. Ja. Und dann gingen halt die Tattoos los. Also ich kann dir tatsächlich gar nicht mal genau sagen, also nicht hundertprozentig sagen, wie alt ich da war, aber ab dann war halt alles vorbei. Also es war direkt klar, dass es mehr werden, nicht nur das Erd. Ja. Also mir war das von Anfang an klar, mir war auch klar, dass es nicht zu dem Zeitpunkt sofort, wer Güste 18 ist, der lässt sich oder im seltensten Fall Bums zuhacken. Aber ich wusste schon, dass ich lieber Farbe als meine freien Hautstellen habe. Das war schon relativ schnell klar. Also warst du immer schon ein buntes Mädchen? Ja, ein bisschen. Hast du denn auch damals, als du dir die Ohren so abgeklebt hast und so, habe ich das auch sonst so gemerkt, dass du dich irgendwie lustig angezogen hast oder irgendwie sowas? Dass du da schon relativ schnell einen eigenen Stil entwickelt hast, sag ich mal? Tatsächlich nicht. Ich war eher, also in der Schulzeit oder so, war ich so das absolute Mobbing-Opfer- und Mittläuferkind. Also das war so, okay, wenn ihr das jetzt cool findet, dann gucke ich mal, dass ich da... Also ich habe nicht gesagt, dann mache ich das auch. So war ich noch nie. Und bei uns war in der Schule zum Beispiel diese Puma- oder die Miss Sixty-Hosen mit dem Reißverschluss hinten total cool. Und die fand ich so hässlich, dass ich sie halt einfach nicht haben wollte. Weil, also es tut mir leid, falls die irgendjemand mag. Das ist ja, ne, alles gut. Aber es ist langsam vorbei. Ich hoffe es. Ich fand es einfach... Und dass jedes Mädel aus meiner Klasse hatte das. Und ich halt normal irgendwie Hose von, keine Ahnung, H&M, C&A, gar nichts. Ich weiß es nicht. Und es war mir tatsächlich einfach zu blöd. Also bei manchen Sachen habe ich halt dann geguckt, okay, ja, wenn die jetzt alle irgendwie das und das tragen, keine Ahnung was, fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Dann habe ich schon geguckt, ne, kann ich da nicht eher mithalten, damit ich nicht so alleine auf dem Schulhof bin. Aber ich war schon eher so ein bisschen Außenseiter. Und ja, es haben auch viele Leute oder viele Kinder gerne auf mir rumgehackt. Aber Kinder sind halt fies manchmal. Was sagen die jetzt, wenn die dich heutzutage sehen? Also hast du das mal, die Situation? Ja, es ist ja lustig. Also ich persönlich habe ich, glaube ich, seitdem keinen mehr gesehen, weil ich weggezogen bin aus meiner Heimatstadt. Aber wenn man dann bei Facebook mal mitbekommt, oh, wow, das bist du jetzt oder so siehst du jetzt aus. Und wow, du machst jetzt ja das und das und das und das ist ja total cool und erzähl doch mal und nö, nö, nö. Und das ist dann, das Blatt hat sich halt komplett gewendet. Die sind meinetwegen mit 18 nach dem Abi dann oder wie auch immer in der Ausbildung oder haben studiert und sitzen da halt jetzt so fest, würde ich mal sagen. Und ich mache halt das, worauf ich Bock habe. Ich mache das so, wie ich das möchte. Ich bin selbstständig, ich habe meinen Laden oder wir haben unseren Laden. Ich kann mit den Fotos weitermachen. Ich kann mich tätowieren lassen, wie ich das möchte. Und niemand schreibt mir vor, bis wohin mein Rock hängen muss auf der Arbeit oder irgendwie sowas. Und ich würde mal sagen, dass das manche schon echt beeindruckt, was aus mir geworden ist quasi. Also das merkt man auch, das sagen die einem auch. Und das ist schon ein bisschen lustig, wenn man sich das so überlegt, wie das früher war. Also das ist gerade, was du alles so machst. Auf Fotos bist du ja auch öfter mal zu sehen. Möchtest du da ein bisschen erzählen? Wann ging das los? Das ging tatsächlich 2012 los. Da war ich bei Jens Burger und der hatte gefragt, ob wir nicht eine Fotoreihe machen können. Und ja, ab da ging das so peu a peu los. Mal mehr, mal weniger zeitintensiv, weil man das ja nun mal auch nur als Nebenbei-Tätigkeit so macht. Aber das würde ich mal sagen, ist ganz nett. Also es ist sehr, es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich finde das super. Und ich habe dadurch so viele tolle Leute kennengelernt. Du kannst ja wirklich rumreisen. Und dann waren wir jetzt vor drei Jahren in New York. Das ist halt schon ziemlich cool, wenn man einfach so ein bisschen rauskommt. Gut, man ist auf den Bildern niemand anders. Das bin ja ich. Aber irgendwie, wenn man die dann sieht und sich das dann so anguckt, das ist schon sehr schön. Also bestimmte Facetten einfach von einem selbst, so würde ich das vielleicht sagen. Ja, das, ja. Du sagst gerade, New York war ziemlich cool. Hast du jetzt so in diesem Jahr schon was gemacht, worauf wir noch gespannt sein können? Oder freust du dich auf was Neues, besonders, was ansteht? Also wir haben so ein paar kleinere Projekte geplant. Mehr ist aktuell aber nicht tatsächlich. Also nichts Größeres. Falls ich jetzt lüge, tut es mir wieder leid. Oder ich habe es einfach vergessen. Aber mehr dürfte da eigentlich nicht ankommen, weil wir nämlich gerade zu Hause mit dem neuen Studio sehr involviert sind. Also ich muss noch viel mithelfen und viel umbauen. Da kann ich nicht sagen, so Leute, macht ihr mal. Ich gehe dann mal, weil das halt tatsächlich doch sehr, also Shootings oder so sind doch sehr zeitintensiv. Das stimmt, da musst du halt mal wieder weg und Sachen packen. Ich kenne das, ne? Ja, und das ist halt bei, also wir sind ja zwischen Hannover und Bielefeld bei Minden oder in Minden. Da bin ich sehr weit weg vom Schuss. Also nach Berlin drei Stunden plus minus. In Pott auch drei Stunden oder je nachdem, wo ich hin bin. Das ist eigentlich in der Mitte. Ja, aber es sind halt immer drei Stunden oder noch weiter teilweise. Das ist halt ja nicht nur die Shootingzeit, die man dann hat, sondern auch die Fahrzeit, die Vorbereitungszeit. Gut, die Vorbereitungszeit ist, ich packe meinen Koffer und setze mich ins Auto. Also die ist nicht so lange. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Aber ich kenne das. Ich packe dann immer entweder alles ein oder ich muss voll lange überlegen. Ja, mein Koffer ist auch immer so, das ist so ein riesengroßer Schalenkoffer. Der ist immer randvoll und jedes Mal denke ich mir, okay, du nimmst diesmal nicht so viel mit. Du brauchst es eh nicht. Aber man weiß nie, was man braucht. Ja, und dann habe ich jedenfalls alles dabei. Richtig. Ich packe mal so zum Ende hin, ob ich was vergessen habe zu fragen, ob du noch was Bestimmts über dich erzählen möchtest, was ich noch nicht angesprochen habe oder ob du alles gesagt hast und einfach nur noch weg willst. Weg möchte ich nicht, aber... Das ist aber schön. Das freut mich. Erstens weiß ich nicht, ob du was vergessen hast, aber ich glaube nicht. Das freut mich. Dann würde ich einfach nur sagen, danke fürs Interview und dich nochmal umarmen, wenn ich darf. Danke. 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 Danke.